Hallo, wir sind das Team Polizei. Hallo, wir sind das Team aus Deutschland. Guten Tag, wir sind die Squadra der Zwitschern. Ich bin Magyarov. Hey, wir sind die Oesterreich-Mix. Bravo, ich bin meine Team aus Slowenien. Hallo, wir sind die Team aus Deutschland. Morgen, wir sind Team Lötzebosch. Servus, wir sind Team Bayern. Hallo, wir sind Team Oberösterreich. Hallo, mein Team ist die Ciske Republik. Hallo, wir sind die Team aus Belgien. Servus, wir sind das Team Štarmak. Zdravo, wir sind das Team Štarmak. Wir sind das Team Štarmak, reprezentant in Štarmak. Hallo, wir sind das Team Štarmak. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich könnte heute nur in Superlativen sprechen. Es war einfach fantastisch. Am Mittwoch mit dem Start in Stumberg, dann die letzten vier Tage weiter in 26 Gemeinden waren es genau, die die Radjugendtour beheimatet haben. Es waren schöne Bilder, leidenschaftliche Sportler. Es war einfach wunderbar. Es ist eine Vorzeigeregion, die hinter uns steht, die hinter dieser Veranstaltung steht. Ich glaube, man kann hier gar nicht dank genug aussprechen, den Verantwortlichen hier in den Kommunen oder der Regionalentwicklung beziehungsweise dem Land Steiermark, was sie für diese Veranstaltung tun. Und dieser Zusammenhalt, diese Zusammenarbeit ist für mich phänomenal, dass es so etwas in der heutigen Zeit noch gibt. Und die Bürgermeister haben mir bereits jetzt zugesichert, wir sollen unbedingt weitermachen, denn sie werden auch uns wieder unterstützen. Und wir haben schon über einen Termin gesprochen. Es wird eine Woche später stattfinden, nämlich vom 21. bis 25. August. Untertitelung des ZDF für funk, 2017